Dann begegnet euch auf einer der Prozessionsstraßen auf dem Weg in Richtung Süden, Norden, komplette Orientierung verloren, einige Mönche. Mönche in schwarzen Kutten, schwarz und rot, Mönche der Verdammnis. Einige Hashtots, die sie begleiten mit Schwert und Peitsche. Was auch immer ihre Aufgabe ist. Und ihr könnt über euch es immer mal wieder sehen, aus den Augenwinkeln. Dort ist irgendwas in der Luft, folgt euch. Immer wenn ihr hinseht, könnt ihr nichts erkennen, unsichtbar. Nur aus dem Augenwinkel. Die Gebäude, blutrot, roter Schiefer, zu absurden Höhen aufgetürmt. Bis ihr dann über viele verschiedene Brücken, Schliegen hinweg in Richtung des Marktplatzes gekommen seid. Herr Riccio. Ja. Haltet vielleicht immer noch Ausschau nach unsichtbaren Verfolgern. Die sind schon längst da. Habt ihr sie nicht schon längst bemerkt? Nicht so wirklich, nein. Aber seid bereit, sie unter Umständen loswerden zu müssen. So unauffällig wie möglich. Ich habe dafür schon, glaube ich, die richtigen Mittel. Aber dazu später. Wir sind auf dem Marktplatz. Marktplatz. So etwas gibt es hier nicht. Ihr seid die Brücke nach Süden, nach Ost, nach Westen. Ihr seid auf den Straßen marschiert. Und könnt dann am Rande erkennen, wie sich dort ein Ding, ein flammendes Herz erhebt. Das Agri-Morteum. Ausgeschildert wisst ihr, was es ist. Das Heiligtum der Kirche des vorherigen Vaters. Die Tempel sehen hier komplett anders aus. Ein 20-Schritt-durchmessender Lavasee, der von einem unaufhörlich wuchernden, dornen, ranken genährten Feuersturm sich speist. In den Himmel zieht. Unglaubliche Hitze, die hier aus diesem gedrehten Kabin in den Himmel nach oben wirkt. In die ewige Wolkendicke. Seht euch das an. Wenn man einen Blick hat und reitet weiter. Gibt es hier irgendwo Anschläge? Wonach genau suchst du Wegweisen? Wo das stattfindet, wo man sich antragen müsste? Das wäre schon am Anfang. Kannst du dich dann bei einem der verängstigten Bewohnern umschauen. Nachfragen, wo es zur Arena geht. Deutet einmal die Straße runter. Straße, Brücke. Den Weg. Nennen wir ihn den Weg. Deutet er einmal runter. Und deutet dann da auf die Arena. Durch eine von kolossalen Statuen getragene Paradestraße, die fast in der Luft schwebt. Dort da euch nur Säure sehen, könnt ihr zur Arena hin. Von dem Demont und Fraß brüchig gewordene Steine ragen sie hier nach oben. Als stünden sie bereits seit Jahrhunderten hier. 20 Schritt durchmessender Platz. Hier windet sich spiralförmig eine Rampe in die Höhe. Zugleich eine Tribüne für tausende von Zuschauern. Tausende. Die hier dann kämpfen können. Leben. Tod feiern. Düstere Theaterstücke, die hier aufgeführt werden könnten. Auf einer Bühne mit makaberen Possen. Und auch hier könnt ihr die vielen, vielen Kämpfer sehen, die Pferde verkaufen, lanzen, dort posieren, auf offenem Platz streiten, blutig Feld führen. Einige Sklaven, die hier verkauft werden. Dämonen, die verkauft werden. Das Arena-Viertel. Ich versuche nicht mit dem Mond anzustarren und blicke mich lieber nach dem Marschall um, den es hier irgendwo geben muss. Ja, wenn du dich ein bisschen zurecht suchst, wirst du wohl verschiedene Kräume dort sitzen sehen, an der Arena am Platz, die dort Namen aufschreiben, notieren. Dann rümpfe ich die Nase da und gehe wohl zum Ersten hin. Eda, wird hier eingetragen? Ja, Name? Erudin von Dunkelstein. Erudin, noch ein Dunkelsteiner. Klassen? Alle. Alle. Was gibt es für Klassen? Alle, nächstes. Was mit dir? Deutet auf, weil Riccio. Nein, ich kämpfe nicht. Ich bin nur ein Diener. Gut. Ja, er grinst fies. Alle Klassen. Gut. Ein vielsanger Blick. Verschwindet von dir! Wir gehen dann auch. Hinter dir stürmt dann auch, was heißt stürmen, steht dann auch ein ziemlich großer Trollsucker, der sich hier wohl auch eintragen lassen will. Irgendwelche geklauten Sachen, die er an seine Schultern herangeschweißt hat, Armschienen, eine brutal große Axt, die er auf seiner Schulter gelegt hat. Die Muskeln sind riesig. Schieb dich dann auch einfach beiseite, wenn du nicht weggehst. Ich habe ja schon gesagt, ich gehe dann weg. Ja, okay. Ich versuche mal einen Aussagen zu finden, auf dem die Klassen draufstellen. Ja, die Klassen. Ich musste ja der Arroganz hier erstmal Genüge tun. Ja, das soll gelingen. Du wirst feststellen, dass das Turnier wohl in vier Tagen beginnt. Bis dahin kannst du dich nicht darauf vorbereiten. Und zwar wird es geben, den Zweikampf mit Schwert und Schild. Und zwar an allen Turniertagen. Vier Stücke in der Zahl. Gibt es da eine Notiz... Sorry, willst du das weitermachen oder darf ich Fragen stellen? Ja, du darfst Fragen stellen. Gibt es da eine Notiz bei, ob es wirklich Schwert und Schild ist oder eine Handwaffe und Schild? Zweikampf mit Schwert und Schild, so wie es hier steht. Im Mittelreich würdest du sagen, fexisch ausgelegt. Und naja, hier würdest du vielleicht den Gegenfex anrufen. Wie Gegenfex dann den Zweikampf mit Schwert und Schild auslegt. Den Zweikampf mit Waffen zu zwei Händen am zweiten und am vierten Tage. Kann ich. Das Bogenschießen am ersten und dritten Tag. Auch das kann ich. Messer werfen am zweiten Tag. Oh. Das Gestäch am vierten Tage. Das kann ich. Und die Buhurt. Auch das kann ich. Zusätzlich Wagen reiten. Oh. Und hier steht einfach nur Wagen reiten. Was dir vielleicht ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Oh ihr Götter. Und du bist gemeldet für alle. Ich fürchte, es wird zart, dass wir uns eine Mäzenatin suchen. Äh. Ihr wollt wirklich dieses Angebot von dieser Frau annehmen? Es wird vermutlich so laufen, dass wir den Namen ihres Geschäftes preisen oder was auch immer sie hier tut und sie uns dafür ein wenig unter die Haare greift. Oh, sie war doch sehr charmant. Außerdem können wir doch... Außerdem kann ich doch meine Ehre nicht so bloßstellen, weil ich keinen Wagen zum Reiten habe. Äh. Zum Fahren. Wie auch immer. Könnt ihr das denn? Ich habe mal einen Dolch nach einer Ratte geworfen. Habt ihr die Ratte bzw. die Wand dahinter getroffen? Nein. Habt ihr auch noch was getroffen? Ja, ich habe möglicherweise den Dolch nach einer Ratte geworfen und anschließend hat mir mein Schwertvater sehr eindeutig erklärt, dass man seine Waffen nicht fortwerfen sollte. Ich verstehe. Das klingt vernünftig. Ich werde Stark gerade mal fragen. Der kennt sich dann bestimmt ein bisschen mit aus. Gute Idee. Mein Herr, mein Herr. Darf ich Ihnen ein Hashtod verkaufen? Gute Qualität. Direkt aus den Niederhöllen beschworen von Blackaratz. Erst heute Morgen. Kein Bedarf. Ich habe viel eigenes Blut geopfert. Kein Bedarf. Ich kann meine eigene Wache vollstrecken. Jawohl, mein Herr. Darf ich Ihnen sonst noch... Ich kann Ihnen noch ein paar andere Dinge verkaufen. Drachenschoppen. Kommen Sie doch mal in meinen Laden heran. Mumifizierte Arme. Ich habe den Arm von Brinnen. Vom Reichsbehüter Brinnen habe ich bei mir. Das sagen die anderen 13 Händler an diesem Platz hier auch. Skeletierte Äxte, mein Herr. Komm, ich gebe dir eine Münze, wenn du mir sagst, wo ich das Schwarz und Rot finde. Schwarz und Rot, das Hotel. Ja, das kann ich euch für eine Münze. Ich halte so irgendwie das Äquivalent von zwei Hellen hin. Ist okay. Damit hat er wohl auch genug und er weist dir den Weg in Richtung Hotel Schwarz und Rot. Die Prozessionstraße nach oben, dahin zurück am Alkrimorteum vorbei, immer geradeaus. Zumindest hast du das Gefühl, dass es geradeaus geht. An einem Turm des Kristallgötzen vorbei, erreichst du dann das Hotel Schwarz und Rot. Aber diese Namen machen einen schon nervös. Das beste Haus am Platz ist das Hotel Schwarz und Rot. Mit einer halbelfischen Besitzerin, Nindariel Finsterklinge. Meine Damen, wenn sich niemand mehr für euch irgendeine Disziplin antragen möchte, können wir uns das leisten? Ihr seid doch der, der in den der guten Häusern besteht. Was ist mit euch, mein Herr? Herr Magier, Herr Magier, seht aus, als ob ihr einen verbrannten Scheidel braucht. Ein verbrannt Schädel. Nur 50 Dukaten. 50 Dukaten für einen verbrannten Schädel. Ein sehr verlockendes Angebot, aber ich kann meinen eigenen Schädel verbrannt. Dankeschön. Teriak, Teriak, direkt aus Bialdorn, aus Bavi. Grimpf aus Oede. Nein, danke, nichts für mich. Vielleicht ein andermal. Wie wär's mit Asche? Asche aus Eusilia. Original Asche aus Eusilia. Na, hab ich schon. Jawohl, mein Herr. Eine abgerissene Figur, eine abgerissenen Götzen von Brajos. Ah, das kann ich auch selbst. Ach, er ist ziemlich enttäuscht, dass sie ihn da stehen lässt. Ich frage die anderen dann. Ja, neben euch könnt ihr auch noch erkennen mit einem Schild die Schenke-Oga-Höhle. Ist wohl qualitativ minderwertig. Direkt neben dem Hotel Schwarz und Rot. Und ihr seid gelegen am Platz der Gerichtsbarkeit. Wo Asquara Ascheherz, ein vielgehörter Dämon, auf dem Platz das Weltengericht abhält. Und täglich einige Dutzende, die daneben stehen, irgendwelche schwarzen Priester, irgendwelche Mordbrenner, die dem schwarzen Greifen lauschen, wie er dort predigt. Mit einer Kohle- und Asche verzerrten Stimme. Einige andere Mönche und schwarzen Richter, die auf den Blöcken daneben stehen und dem Orden des sehenden Sohnes Huldigen einige öffentliche Prozesse abhalten. Und dann Leute, die hier ausgepeitscht werden von Hashtots, die dann irgendwann auch als Strafe unter die Kutte gezogen werden und dann verschwinden. Ihr seht dann auch ein paar Leute, so kleiner Zeitungsjunge, der auf euch zukommt. Mein Herr, mein Herr, darf ich euch die neueste Ausgabe aus der Druckkammer des Optoliten präsentieren? Die Gazette Joel Gürmerks. Wer wird gewinnen? Die Prophezeiungen sind bereits heute. Wer der Gewinner sein wird? Ihr könnt das nachlesen, ihr könnt eure Witten abschließen bei den fiesen, hinterhältigen Räumen. Ihr müsst es aber im Optoliten lesen. Ich gebe ihm was, was gibt man da einen Heller, was kostet der Optolite? Ja, gibt einen Heller, kostet halt so viel wie der avatorische Boote. Ja, okay, er kriegt halt seinen Heller und ich reiße ihm das Blatt aus der Hand. Schauen wir mal. Ja, also hier steht drin, dass... Ich kann den Namen gar nicht lesen. Antreten werden Arn Grimm von Ehrenstein. Lutisana von Perikum, selbstverständlich auch. Jellnan von Dunkelstein. Varena von Mersing. Einige Mordbrenner, die dir nichts sagen. Sirium Grimm, der Schänder. Und ja, nächste Seite steht dann auch, wer in die Hoheloge eingeladen worden ist. Wir dürfen begrüßen, aus Mendena, Joel Gurmak, Warung und Maraskhan, den hochgeehrten Toxis von Freigeist, der sich selbst die Ehre gibt, die Gäste anzukündigen. Asmodeus von Andergast, mein Hofmagier, der wohl hier residiert. Die Reichsrichterin, die Reichsrichterin, Galotta, der Dämonen-Kaiser ist hier. Einige andere Leute werden... Rudalbert von Werdling, soll wohl hier sitzen. Allured Mangraes. Lucados von Kiemit, die Liste hört gar nicht auf, du blätterst um. Nächste Seite, nächste Seite. Azariel Scharlachkraut. Und... Dexter Nembord. Sag mir, ob ich lachen oder weinen soll. Die Liste geht weiter. Mirona, ja, Morenio. Puh, ja. Du blätterst weiter, die Liste hört nicht auf. Sehe ich da drauf? Du stehst nicht drauf. Auch nicht mit Echtnamen? Nein. Welche Propheten? Hm. Wenn euch das sah nicht, reicht das Donnerit hier rüber. Also, das ist Schundblatt. Ich wette, die kriegen kein einziges Ergebnis richtig hin. Hm. Denn wir wissen ja, ich werde alle gewinnen. Außer vielleicht müssen wir es zerwerfen. Also, nur mal so als Frage, wer wurde denn als Gewinner prophezeit für die Profession, äh, Disziplin? Das kommt immer drauf an, in welcher Disziplin du davon ausgehst. Arngrim von Ehrenstein wird natürlich bei den Lanzenreitern gewinnen. Valuti Saner im Zweikampf. Jellnan von Dunkelstein wird wohl mit Schwert und Schild gewinnen. Äh, Varena von Mersing, wahrscheinlich den, den Wagenritt, äh, ja, verschiedene Namen. Das sind, das sind halt so diejenigen, die dir, die dir vorstechen. Äh, man ist sich da nicht ganz sicher. Es gibt immer so, äh, Schwankungen, äh, wenn man, wenn man davon berichtet, wenn man sowas misst, dann, äh, beeinflusst. Du, das Ergebnis, und, äh, da tut sich der, äh, der Ob-To-Lead auch ganz schwer mit Berufsgeheimnis. Natürlich. Also, vielleicht soll die das mit dem Messerwerfer nochmal üben, bevor das Turnier anfängt. Ja, das werde ich wohl müssen. Es ist keine Schande zu verlieren, es ist nur eine, nicht angetreten zu sein. Naja, wenn ihr fünfmal daneben werft, werden die euch alle auslachen. Äh, verzeiht mir, mein Herr, ich glaube, im Mittelreich mag das stimmen, aber ich glaube, hier könnte, also nicht nur eine Schande sein, aber, vielleicht tödlich. Also, man würde Messerwerfern wohl kaum aufeinanderwerfen. Und wenn doch, bin ich gut genug gepanzert, um keinen Schaden davon zu tragen. Also, ich nehme an, dass die dir ins Gesicht werfen werden. Dafür gibt es Helm. Ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen soll. Vorgasch, das ist alles ganz furchtbar hier. Greiß dich zusammen, Zwerg! Vielleicht fangen wir erstmal von der Straße an. Eisenbahn! Ich war in der Eisenbahn! Denk an das Gold! Hat der ein Tor auch schon falsch besagt. Richtig. Ist aber Frost die Schuld und nicht die Schuld des Zwerges. Nee, das ist die Schuld des Zwerges. Ja, was soll ich tun? Eisenbahn, bringt euren, bringt euren, Eisenbahn, bringt euren, bringt euren Kräger unter Kontrolle. Wo war ich denn? Ich will da mal rein, Furt. Ich geh hin, ich geh zum Schwarzen Rot. Ja, du stehst davor. Du musst nur eintreten. Ja, ist gut, ich möchte eintreten. Und lass mal darauf warten, dass mich wohl ein paar Stellen empfangen wird. Ja, ähm, ein Sklave. Du weißt nicht genau, woher. Ist, äh, kein Tulamide, aber er ist dunkel. Dunkel-Gülden. Vielleicht ist seine Haut auch vergoldet. Zumindest empfängt er dich dort und führt dich in Richtung des Tresens. Ähm, wo du dann, äh, deine Bestellung aufgeben kannst. Ähm, große Loge, links und rechts, viele, viele Sofas. Ähm, der Teppich bewegt sich wohl ein bisschen. Einige Schatten, die sich, äh, verstecken vor dir, wenn du eintrittst und, äh, ziehen sich zurück. Ähm, bis du dann am Tresen stehst, äh, vor einer Dame, äh, die dich empfangt nimmt. Du ist wohl auch eine Halbelfin, was auch immer die hier tut. Guten Tag, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich wünsche Belchirasha, die Giftlinge zu sprechen. Sie nächtigt wohl hier. Ja, selbstverständlich. Sie ist vor einigen Augenblicken erst eingetroffen. Ähm, ich werde sie rufen. Äh, wen darf hier ankündigen? Hierrodin vom Dunkelstein. Hierrodin vom Dunkelstein. Jawohl. Sie bleibt einfach vor dem Tresen stehen. Ich schaue sie erst mal eine Weile Fragen an und gucke, ob was passiert. Würfel mal eine Sinsschärfeprobe Gehör. Mhm, dann bin ich nicht schwerhörig. Die Magier dürfen sonst auch mal eine Magie-Kunde schmeißen. Äh, nicht geschafft. Mehr noch. Oha. Ist da der Crit? Da ist nicht der Crit. Äh, sie zaubert wohl gerade. Ich merke von nichts, ich bin taub und glücklich. Das gucke ich mir genauer an. Sie bleibt einfach lächelnd, höflich vor dir stehen. Oh, schaut dich an. Ich grinse ein bisschen landeimäßig zurück. Was, Alruzio, das gehört so, ja? Ja, ja, hab keine Angst. Okay. Alles gut. Hinter euch könnt ihr schwere Stiefel hören, die dann auch das Schwarz und Rot betreten haben. Plattenstiefel. Eine Gestalt. Kriegerisch. In einen dunklen Mantel gehüllt, betritt das Hotel Schwarz und Rot. Gestank nach Verwesung füllt das Ganze und dann ist es auch schon wieder weg und es riecht etwas nach Lavendel. Als ob das Hotel selbst sich dagegen wehrt, dass es hier nach Verpestung und Verwesung stinkt. Und während Götter- und Kulteprobe, die anderen gerade die neu eingetroffene Person mustern, kommt über die Treppe hinunter, welche Rascha, die Giftige, die wohl bestellt worden ist. Wir alle an derweil erstarrt. Der Ordenshochmeister der Golgariten, Vokadus von Kemet, ist gerade eingetroffen. Dass er überall gelaufen ist, ist bereits allgemein bekannt, ja? Er hat seine Frau verloren und in seinem Hass, dass Boron seine Frau genommen hat, Magdalena, hat er sich Tagunitot und den Einflüsterungen angeschlossen. Er hat seine Brüder die Golgariten verraten. Und die Tür steht immer noch offen, kannst du erkennen. Eine weitere Gestalt, die du nur von weiterer Entfernung gesehen hast, die leicht verschwimmt. Ein schwarzer Schatten, der hinter ihr lauert und sie beschützt. Der Alchemist Alureth-Mangraes. Ah, Herr von Dunkelstein, setzen wir uns doch in die Lounge. Aber natürlich, immer natürlich. Ja, Beji rasche Treppe runtergestiegen, deutet dann auch gleich mit offenen Händen in Richtung der Lounge, während Alureth-Mangraes und Vokadus von Kemet mit schweren gepanzerten Stiefeln über den Teppich in Richtung der Rezeption geht. Ich gehe danach und versuche meinen Blick von den beiden fernzuhalten. Mit Glück bin ich nicht neugierig. Und dann beherrscht. Ihr musstet also gar keine Nacht darüber schlafen, sondern nehmt direkt mein Angebot an, mich als Mäzenin zu erwählen. Ich habe einige Geldmittel bekommen. Ich vertrete direkt das Hause Parvi. Das heißt, ihr streitet im Auftrag Gloranus, wenn ihr meine Geschenke annehmt. Nun, ist denn die Ausrufung, Herr Herren, die einzige Gegenleistung, die ihr fordert? Nun, die Modalitäten sollten wir doch bei einem Gläschen Tyriac besprechen, nicht wahr? Wollte Zwischenfrage, weiß ich, was Tyriac ist. Da müsstest du mit deinen beiden Magiern mal sprechen. Du weißt es nicht. Okay, es ist also prinzipiell nicht schlecht, wenn ich jetzt Ja sage, weil ich nicht weiß, wie kacke der ist. Es hört sich nach einem Wein an. Nun, selbstverständlich. Das wäre eine sehr willkommene Ablenkung. Nun dann. Sie schaut wieder unglaublich abfällig auf die beiden, eigentlich auf die gesamte Begleitung und bedeutet euch dann einfach nach dem Motto, trollt euch. Während sie da gemeinsam mit Yalan auf der Lounge Platz nimmt. Einmal in die Hände klatscht ein nivesischer Dienertritt herbei. Mit einer schwarzen Glaskaraffe, in der es schwarz, ölig glitzert und funkelt. Haben wir es gehört, was sie gesagt hat? Mit Tyriac, oder? Ja. Aber wie willst du ihm das jetzt sagen? Wenn sie wegschaut, dann mal deutlich machen. Ich werde euch auf dem Platz finden hinterher. Ein Nicken, also ein Kopfschütteln an. Schütteln mit dem Kopf zurück. Ich werde euch auf dem Platz finden. Wenn ihr die Dame und mich unsere Geschäfte machen lassen möchtet. Ja, Herr. Ja, kommt, als hätte er eine Zitrone gebissen. Ja, ja. Ich werde euch erwarten. Und gehe dann raus. Kommt. Hoffentlich komme ich hier ohne Minderpakt raus. Stark hat ziemlich still gerade. Vielleicht ein paar Geschichten aus Mendena, die gerade in seinem Kopf hochkommen. Zumindest ist er die ganze Zeit ziemlich ruhig. Aber zusammen mit ihm und den Eseln, die ja immer noch stehen, nicht genau wissen, was sie tun sollen. In ihren Augen, in den Augen der Esel könnt ihr Verzweiflung lesen. Oder als ob sie schon sämtliche Emotionen verloren hätten. Als ob sie einfach tot sind. Als ob die Esel bei lebendigem Leibe verwest wären. Stehen sie einfach emotionslos neben euch. Ich streichle mal über Leonardos Kopf. Alles wird gut. Alles wird gut. Ihr seid auf euch alleine gestellt. Ohne euren Anführer. Jalan. Abdullon. Ja. Meint ihr, ihr könnt ja eine andere Unterkunft finden in diesem Loch? Keine Ahnung, ich kenne mich hier nicht aus. Aber ihr seid am ehesten zu meiner Lage, oder? Ich bin doch gerade an was zu seiner Schenke vorbeigekommen, oder nicht? Wenn ich mich richtig erinnere. Ah, ja. Sah nicht besonders gut aus, aber... Oga-Höhle. Ein interessanter Name. Ich denke, da passt ihr sehr gut hin. Was wollt ihr mal sagen? Naja, ihr mögt doch feine Restaurants. Ja, was hat das mit dem... Oh, ach. Zwerghumor, ich verstehe. Wenn ihr euch noch unterhaltet, auf diesem Marktplatz steht oder Gerichtsplatz, gehen drei Gold immer an euch vorbei. Ähm, der eine hat wohl zwei Edelsteinaugen, der andere hat eine goldene Zunge, während er spricht und gehen wohl an euch vorbei. Dem anderen rieseln wohl... Was ist das? Irgendwelche Metalle rieseln ihm aus den Schuhen raus, während er geht und eine kleine Spur hinterlässt. Gehen wohl an der Oga... An der Oga-Höhle vorbei, zur Handelshalle. Zumindest steht das dran. Da, wo dem Erzdemon Zoll war, gehuldigt wird. Einige Anzeigetafeln, die da magisch flimmern und irgendwelche Angebots- und Nachfragepreise zum Besten geben. Äh, irgendwelche Kurse, die nach oben gehen. Dukaten, die da gehandelt werden. Wertpapiere, Briefe. Eine seltsame Stadt. Anus, gehen wir mal in die Oberhöhle. Das kann ja nicht so schlimm sein. Und besser als hier herumzustellen, definitiv. Äh, wer passt auf die Fäder und den Esel auf? Da, da. Ich schaffe es schon. Ihr seid sehr mutig, äh. Nein, ich kann alles selbst tragen. Macht seine Sachen von Jarlans Pferd los und ist überladen und, äh, ja. Steht Jarlans Pferd da noch rum? Also, ich würde Jarlans Pferd jetzt nicht anfassen. Das tritt aus. Ja, das frage ich gar nicht. Also, steht da noch. Ja. Genauso emotionslos wie die beiden Esel. Drei Esel. Ich wink aber so mit meiner Hand, so einen Meter vor dem Pferd her, bewegt das Pferd sich? Oder reagiert das überhaupt da drauf? Überhaupt nicht. War ich kurios. Wenn ihr zur Oger-Röhle herantretet, könnt ihr erkennen, wie da drei Türsteher vorangebracht sind, angekettet mit unglaublich gigantischen Ringen um ihre Hälse, angeleint, angeflockt. Drei Oger, die da aufpassen. Ich glaube, ich weiß, wo es seinen Namen her hat. Du selbst hast ihn definitiv. Aber wie kriegen wir jetzt Jarlans Pferd von hier nach da? Ich denke mir, der Beste wird sein, wenn Alrico einfach von hinten schiebt. Halt ihr mich? Wieso sagt er ein Narren? Ich stelle euch diese Frage. Sollte das nicht Antwort genug sein? Ich werde dieses Pferd nicht anfassen. Ich habe es gesehen, was letztes Mal Eisenmann angetan hat. Ich habe mich auch schon getreten. Abdullon wurde schon getreten. Ich wurde schon getreten. Es ist jetzt Tradition, dass auch ihr getreten werdet. Nein, 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 nein. Ich fasse diese Störche missfiel nicht an. Komm, ich weitergehen. Lasst mich es tun einfach und ich nehme mal die Zügel des Pferdes und schaue mal, ob das reagiert irgendwie. Ja, lässt sich führen von hier. Ich weiß gar nicht, was euer Problem ist. Sehr vereindruckend, sehr vereindruckend. Na dann lasst uns mal machen diese Oger Platz. Stehen die da im Weg? Wie kann ich mir das vorstellen? Die stehen daneben, angeleint, angeflockt. Und ja, popeln sich gerade in der Nase. Also wirken die jetzt besonders aggressiv auf mich? Oder wirken die gelangweilt? Die wirken unglaublich dumm auf dich. Aber du kennst diese Tiere nicht. Du weißt nicht, wie man mit denen umgeht. Du hast den ersten Oger vor einem Tag gesehen, als er drauf gespießt war. Bevor wir da jetzt komplett gehen, schaue ich die anderen mal an und flüstere denen zu. Weißt irgendjemand was über die Viecher? Gefresst Menschen. Irgendwas an, du krass. Hier, Laos, machen wir eine Abrichtenprobe. Eine Abrichtenprobe? Hm, okay. Wenn das blöde Mist von Pferd jetzt wegläuft, ich renne da nicht her. Das wäre so egal. Ich habe keine Abrichtenprobe. Tierkunde plus 10. Bist du vielleicht ein Heimatierkunde-Expert? Ich habe keine Tierkunde. Das wird nix. Ja, du stehst mit Bisrabul neben den Ogern. In aller Gemütlichkeit nimmt einer der Ogern das Pferd und steckt es sich in den Mund. Knuspert einmal, die Wirbelsäule bricht und das Hinterteil von Bisrabul fällt auf den Asphalt. Ja, du schert mit ihr. Dann kommen wir boundaries. Wir schauen mal. Vielen Dank.